Letzte Kurve und Fritz geht vorbei! Marc Moser stopft die Onboard fast in den Auspuff. Es wird mit Sicherheit eine ganz, ganz spannende Saison. Es ist wieder Zeit für Vollgas. Ein irres Spektakel, krabbelvolles Fahrerlager. Schaut euch mal diese Bilder an. Ein wilder Sturz. Puffe gegen Michalschik. Der Niederländer ebenfalls in absoluter Topform. Aber was für ein starkes Rennen aller Beteiligter. Was für eine Show. Beste Werbung für den Motorsport. Wer wird am Ende der Meister sein? Der Niederländer auch bei der Runke. Wer werden sie noch leichter vers Gericht und nachdem es wird. Der Niederländer auch bei der Rennen der Dosenbord, Untertitelung des ZDF, 2020